so nachdem wir eben den chico hatten kommt jetzt der schöne franz an die reihe sieht irgendwie wie in laborator aus immer klasse mit den halsbändern hier haltschalen rapmi klasse schöner und also für labrador freunde bestimmt passen das video von ihm an das kann man nun auch ganz gut zerspiele klasse schön was macht er hier er lässt sich streicheln er liebt es also für menschen nicht streicheln zu werden sehr gut oh ja spielzeug ein und alles ja franz hat die schöne kriege holen und bringen schön zu sehen hier im sozialen rudel franz vorne links wie auch keine maus aber wir sind alle verträglich sozial dass sie das durch eine super aus perfekter hund als zweiter tritt für hund oder franz hat spaß herum umbieten hier er sucht sein spielzeug mag er war erst mag ich aber welche und welchen bringen franz am essen zeigt keine agression franz franz beschrieben steht franz geschlecht männlich alter 20 10 ok 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 dann ist ein junger man schon 14 jahre alt dann darf man rumpen franz ist liebevoller und verträglicher rüde der trotz seines altes noch erstaunlich verspielt und lebensfroh ist haben wir gerade gesehen belchen und quitschi er hat ein herz aus gold und versteht sich gut mit anderen hunden was ihn zu einem unkomplizierten gleiter macht also perfekter zweit dritt furcht und leider hat das leben ist bisher nicht gut mit ihm gemeint franz wurde vor dem tierheim ausgesetzt alter hund ausgesetzt leute was gibt es für menschen dabei hätte er es so sehr verdient seine letzten jahre in geborgenheit und liebe zu verbringen genau franz hat eine ellenbogen dysplasie doch das gelenk ist bereits verkalkt und verursacht ihm keine großen probleme ja okay so etwas wie Arthrose so was er liebt es sich zu bewegen und genießt spaziergänge und zuwendung von menschen haben wir beide im video gerade gesehen er lässt sich gerne streicheln liebt den kontakt zu menschen und er spielt gerne aktuell befindet sich franz auf einer pflegestelle in portugal ach deswegen ok wo er liebevoll betreut wird und zeigt wie viel lebensfreude er noch hat ja nun sucht er jedoch sein eigenes zu hause kann ich mir gut vorstellen in dem er seinen wohlverdienten lebensabend verbringen darf ja wir suchen für franz einen liebevollen altersruhsitz wo er noch einmal erfahren darf wie schön das leben sein kann ja in einer familie ein ruhiges zuhause mit menschen die ihn umsorgen und ihm die zuneigung schenken die er bisher vermissen vermissen musste wäre es ein großes glück möchtest du franz die chance geben sein lebensabend in sich eine liebe zu verbringen er wird dir mit seiner treue und lebensfreude jeden tag danken kann ich mir gut vorstellen schöner hund lieber hund und diese labrador mäßig noch sehr dünner und altes menschen ja ok ein paar wehwehchen aber noch lebensfreude etwas schlangen kann ein bisschen zulegen aber ich denke das werden die neuen tollen lieben familienmitglieder schon schaffen zu franz bisschen schön rund laborator mäßig mittel groß groß lieb herz aus gold schoffeln findest jemand und deutschland der sich aufnimmt die ihr noch ein paar gute jahre schenkt mach es gut